Musik Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer. Wir sind heute hier in Geyser zum Rosenmontagsumzug. Die Vorbereitungen laufen gerade schon auf Hochtouren. Und nicht nur ich habe mich heute in ein schönes Kostüm geschmissen. Ich habe schon ganz viele tolle, kostümierte Menschen hier gesehen. Ich war die letzten Jahre schon immer dabei zum Rosenmontagsumzug hier. Es war auf jeden Fall immer ein Highlight. Und ja, wir wollen hoffen, dass das heute auch so wird. Musik Und ja, wir wollen jetzt hier in Geyser zum Rosenmontagsumzug. Musik So neben mir steht jetzt der Präsident vom Geyser Karnevalsverein, der Harry Bett von der grünen Aue. Jawohl. Ja, wie viel Vorbereitung bedarf es denn eigentlich bei so einem riesen Karnevalsumzug? Die Stunden kann man gar nicht zählen, weil die alle Verantwortlichen, auch die Kostümgruppen, geben sich sehr viele Mühe. Ich würde sagen, ein halbes Jahr Arbeit steckt dahinter. Und wie viele Wagen nehmen eigentlich teil an diesem Umzug heute? Also wir haben 80 Bilder im Umzug und davon sind vielleicht 20 Wagen dabei. Ja, und denken Sie denn, dass das heute ein Erfolg wird? Wird das ein Riesenspaß? Wir gehen davon aus, dass es ein prächtiger Umzug wird, ein farbenfroher Umzug mit vielen bunten Bildern, mit vielen schönen Kostümen. Das erhoffen wir uns. Hallo, was macht denn ihr? Wir sind 60. Geburtstag von den Blauen Funken. Ah ja, super. Und eure Kostüme, habt ihr die selber gebastelt oder gekauft? Teils, teils. Hast du Hunger? Oh, danke schön. Was seid ihr denn für eine Truppe hier? Gosseck. Gosseck? Gosseck. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Ja, uns gefällt die Farbe schwarz. Das zum Karneval, wo jeder bunt angezogen ist. Ja, wir sind die braven Schwarzen, aber jetzt rastet man vielleicht auch ein bisschen aus an den drei tollen Tagen. Aber wir fühlen uns richtig wohl in dem Kostüm. Werden bei dieser Verkleidung die Kindheitsträume wieder hervorgerufen? Ja, natürlich. Hast du gern mit Lego gespielt früher? Ja, heute noch. Und deshalb seid ihr auf die Idee gekommen? Das war, wir wussten es letztes Jahr schon. Das war spontan. Hallo, was hast denn du für ein Kostüm an? Pippi Langstrumpf. Die Pippi Langstrumpf mit ganz schicken roten Zöpfen. Wer hat dich denn so schön zurecht gemacht? Mama. Mama. Ja. Ja! Was stellt ihr denn da? Die Euro-Krise. Die Euro-Krise. Wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen? Das ist so ein richtig schönes Thema. Das passt doch jetzt zu der Zeit. Wunderbar. Wie lange habt ihr an euren Kostümen und an der Kulisse gebastelt? Ach, da ging es schon ein paar schöne Abende ins Land. Das müssen wir schon sagen. So lassen Sie schön mal ein Gläschen Bier. Das ist ja so richtig ins Pfad gekommen. Hallo. Ja, wer bist du denn? Der Wurf. Der Wurf. Star Trek. Wurf. Ach, von Star Trek. Ja. Habt ihr denn eure Kostüme selber gebastelt? Ja, das habt ihr gemacht. Das ist Pflicht in Geyser. So, und können denn die Leute von Star Trek auch den Geyser Karnevals-Schlacht-Ruf? Zicke, zicke, zicke. Geyser, zicke, zicke, zicke. Geyser, jemme Update. Geyser, jemme Update. pisser! Geys, jemme Update. Wir mögen sie? Wir mögen sie? Musik Ihr seid die Puttenpapageien vom Kaiserer Karnevalsverein. Kommt ihr auch aus Geysern? Tischverein. 24 Jahre. Wir sind immer dabei. Immer. Ein Jahre. Echte Geysern. Wie viele Jahre sind es denn schon, die ihr dabei seid? 30 Jahre. 30 Jahre. 30 Jahre schon. 30 Jahre jetzt bestehen unseres Tisches. Und immer wieder dabei. Immer wieder schön. Und schon Ideen für nächstes Jahr? Ja. Ja? Doch. Aber wird nicht verraten. Wir überlegen immer. Gut. Und was stellt ihr dar? Wir sind die Schwarze Gesellschaft vom Neuen Schloss. Ah ja. Super. Der wievielte Umzug ist das schon für dich? Oh, ich glaube der gefühlte Zwanzigste oder so. Ich finde, das ist ein großer Aufnahme. Hier, hier! Hier, hier! Hier, hier! Wir machen Frühschoppen, wir machen durch bis morgen früh oder bis Aschermittwoch. Und was macht ihr hier? Sicher, wir müssen alles tatkräftig unterstützen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wenn man jahrelang mitmacht, weiß man, was hier fehlt. Die Polizei fehlt hier zum Karneval, dann wissen wir ja Bescheid. Von dem jungen Mann habe ich hier gerade den Kopf gefangen. Wo kommt ihr denn her? Ich komme aus Geyser, alle Mann. Und ihr seid schon so betrunken, dass du deinen Kopf verlierst? Es geht ein, den Grummaßen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, die Glücksbärchis zu machen? Es war eigentlich unsere Prinzessin. Die Idee, die Glücksbärchis zu machen, hat sich durchgesetzt. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Dankeschön. Dankeschön. ZEG, 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 ZEG! ZEG, 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 ZEG! ZEG, ZEG, ZEG! ZEG, 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 ZEG! ZEG, ZEG! ZEG, ZEG, ZEG! ZEG, ZEG! ZEG, 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 ZEG! 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 ZEG, ZEG! ZEG, ZEG! Da hat mir irgendwie jeder hier, ich weiß auch nicht. Ja, dann kann es nur die Wahrheit sein. Ja, ich glaube auch. So, und wie ist denn das bei euch? Kann bei euch jeder mitmachen? Oder seid ihr so eine eingefleischte Truppe, die jedes Jahr die gleichen sind? Wir sind eine eingefleischte Truppe, die dann auch jedes Jahr das Kostüm macht, genau. Also ihr macht hier auch jedes Jahr mit? Ja, sicherlich. Ja, sicherlich. Also wir sind Maasai, do you understand me? Ja. Yes, do you speak English? Yes. Lauft ihr denn im Alltag auch so rum oder habt ihr da normale Klamotten an? Wenn wir daheim sind schon, aber wir sind zur Zeit im Urlaub hier. Wir kommen direkt, bist du nicht im Urlaub hier. Wir haben erzählt, Geyser wäre so ein schöner Start und alles klar. Wir kommen direkt von da unten, vom Bombo-Lulu. Alles klar. Ja, dann gute Heimreise. Ja, danke fürs Vollfedern. Wo kommt ihr denn her? Aus Geyser. Aus Geyser. Ja, wo werdet ihr sonst? Ja, und was? Wir machen Bio-Bauernhof in Geyser am Rhein. Achso. Ihr kommt also alle vom Bauernhof? Dank, 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 dank. Und du bist die Henne? Ja, die Henne Frieda. Wo ist dein Hahn? Ähm, da ballt gerade ein anderes Huhn. Achso. Na dann, geh mal deinen Hahn schlagen. Dankeschön. Viel Spaß noch. Danke. Mensch, ihr seid ja brandaktuell mit eurem Thema. Habt ihr das vorausgesehen oder einfach ganz schnell noch eure Kostüme gemacht? Das haben wir ganz schnell nachgemacht noch. Und wir haben das Kostüme sehr spät gemacht, die Schuld. Also keine Hellseher? Nee, keine Hellseher. Wo kommt ihr her? Aus Geyser. Wie gefällt Ihnen denn bis jetzt der Umzug hier in Geyser? Sehr gut. Sehr gut. Haben Sie denn schon einen Favoriten, was Ihnen besonders gut gefallen hat? Nee, eigentlich ist alles schön. Also jedenfalls, ich finde das, ich könnte da nichts draus suchen jetzt. Das geht nicht. Wie gefällt euch denn bis jetzt der Rosenmontagsumzug? Gut? Ja, super. Habt ihr schon einen Wagen gesehen, der euch besonders gut gefallen hat oder ein Kostüm? Die Lego. War besonders schön. Und was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Also mir haben auch die Lego-Dinger gefallen, aber es ist eigentlich alles sehr schön. So, und wann macht ihr mal hier beim Geyser Rosenmontagsumzug mit? Ja, irgendwann mal. Wenn ich so mal 20 bin. Geyser! 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 Geys! 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 Ja, dein Maler geht von alt. Oh, dein compare holy. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass ihr den ersten Preis gewonnen habt mit euren Wagen und euren Kostümen. Stimmt das? Gerade so. Und was seid ihr denn eigentlich? Wir sind die Mayas. Die Mayas. Mayas. 2012 soll doch die Welt untergehen am 21.12. Wir machen die Mayas und wir behaupten halt, dass alles untergeht außer Geyser mit uns zusammen. Hallo, Sie sind der Bürgermeister von Geyser. Stimmt, das könnte man so sagen. Wobei ich habe ja für drei Tage die Schlüsselgewalt abgegeben. Heute also eigentlich eher kein Bürgermeister mehr. Sind Sie denn stolz auf die Geyser, dass sie wieder so einen tollen Umzug hinbekommen haben? Ja, das ist absolut klasse. Ich liebe den Karneval und die Geyser sind absolut genial zum Karneval. Es macht einfach Spaß hier mitzumachen, dabei zu sein. Das Wetter ist prima heute und wir lassen es richtig krachen. Super, dann noch viel Spaß. Dankeschön. Tschüss. Woohoo! Ticke endlich! Ticke ils funktioniert! Geil! 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 Ge Ja, mit der Bierfreude. Rechelt. Macht eure Kamera. Ein Dreimalteuer ist ab! 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 Und die andere! Robo, schießt das? Hey, hey, hey! Attacke fürs Fernsehen! Wir sind ehemalige Terroristen von Napoleon. Und wir haben das jetzt seit drei Jahren wieder übernommen. Und haben gesagt, okay, Napoleon ist bei uns durchgezogen. Deswegen wollen wir das auch wieder in die Gleise leiten. Deswegen sind wir jetzt die Kanonierer von Napoleon. Ja, schöne Idee! Ein Dreimalteuer ist ab! Hallo! 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 Willkommen auf den Kopf? Vielen Dank. 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 Achso, und ihr macht die Clowns-Frauen sozusagen? Ja, bei uns ist so fast noch immer der Zirkus gleich da und deswegen haben wir uns dieses Jahr zu diesem Kostüm entschieden. Achso. Ja, schöne Idee. Ja, schöne Idee. Dann noch viel Spaß. Danke. Ich bin's ist, okay, guys. Ja, 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 ja. Es war ein super toller Umzug. Wir hatten tausende Besucher hier. Es waren viele bunte Bilder. Es war einfach eine geniale Stimmung. Es hat super geklappt. Es gab keine Zwischenfälle. Alles gut abgelaufen. Ja, den Geiser Schlachtruf, der ist ja was ganz Besonderes. Den würden wir gerne noch mal hören. Das ist übrigens der längste Schlachtruf Thüringens. In Geiser dreht sich alles um die Geis, um den Geisbrock. Und das haben wir auch in unserem Schlachtruf verpackt. Zickezacke, zickezacke, Geiser Haar. Zickezacke, zickezacke, Geiser Haar. Zickezacke, zickezacke, Geiser Haar. Hier mehr Gott die, Geis. Hier mehr Gott die, Geis. Hier mehr Gott der, Geisbrock. Und hier mehr Gott das, Geisböckchen. Ja, super. Können Sie auch sagen, warum das gerade der Geisbrock ist? Geiser war eine arme Stadt. Und die Geis war sozusagen die Kuh des kleinen Mannes. Und jeder Bewohner in der Stadt hatte sich Geisen gehalten oder Ziegen. Und deswegen Geiser und der Geisbrock und das Geisböckchen. Geisstraatㅋㅋ Geisstraat ganze Geisstraat Wie hat euch denn der Karnevalsumzug in Geyser gefallen? Ja, super, super. Ja, das geht jetzt auch noch ein paar Tage durch. Und das ist auch eine schöne Sache hier. Also wird jetzt noch weiter gefeiert. Ja, sicher. Zicke zacke. Wie hat Ihnen denn der Karnevalsumzug hier gefallen? Sehr gut. Sehr gut. Glaubst du denn auch einen Favoriten? Ich glaube, die Preise sind immer schwer einzuschätzen. Und das finde ich aber sehr schön, wie Sie es eingeteilt haben. Wie hat Ihnen denn der Rosenmontagsumzug hier in Geyser gefallen? Ja, normalerweise, ich komme ja hier von Geyser und mache das ja schon 40 Jahre mit. Gefällt mir immer wieder, jedes Jahr immer wieder aufs Neue. Und dieses Jahr sind Sie aber nicht selber mitgelaufen? Nein, nicht selber mitgelaufen. Ich war dieses Jahr passant. Aber nächstes Jahr wieder? So Gott will, ja. Ja, das war der Karnevalsumzug hier zum Rosenmontag in Geyser. Es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele schöne Wagen dabei. Tolle Kostüme. Es war genauso schön wie in den letzten Jahren, würde ich sagen. Und ja, wir hoffen, dass das noch einige Jahre so weitergeht. Ich weiß nicht, dass das alles niemandicky hat. Beideustenpazenpazenpazenpazenpazenpazenpazenpazenpazenpazenpazenpazen'. Untertitelung des ZDF, 2020